Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des Command & Conquer Alarmstupe Rot 3 Let's Plays, wo wir ja gerade soweit sind, dass wir hier eine Armee aufbauen und eine Base Dev, beides auf einmal und schauen, dass wir das hier sinnvoll hinbekommen. Bin eigentlich zuversichtlich, dass wir das packen. Es wird nur definitiv noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis wir hier eine solche Armee haben, die für mich ausreichend ist. Was, was sehe ich denn hier oben, dass er hier schon angreift? Habe ich nicht das hier schon? Ja, Hospitalabwurf bestätigen. Dann, äh, äh, da drauf. Einfach irgendwas mal angreifen. Dachten Sie wirklich, Sie könnten hier irgendetwas ausrichten mit Ihrer Armee von Zirkusclowns? Sie kommen aus Ihren Verstecken gekrochen. Gut. So, hier einmal Anti-R hin. Äh, dahinter. So, hier einfach mehr Dev, ne? Mit den bisschen Ressourcen, die wir haben. So viel Dev und so viel Angriffs-AW wie möglich. Der hier scheint ja unerwartet gut dafür zu sorgen, dass ich vorankomme. Wird mich nicht beschweren. Ich baue einfach weiter Armee und deve meine Base und hoffe, dass ich genug Zeit habe, eine solche Dev aufzubauen, dass sie ausreicht. Hier muss gleich auch noch ein bisschen mehr hin. Das ist alles jetzt hier. Alles sehr, sehr notdürftig hier aufgebaut auf die Schnelle momentan noch, ne? Es ist einfach so, jo. Wir haben erst mal was, aber gut, ist was anderes. Ich würde gern das Ding da erobern. Ähm. Aber da oben will ich kein MBF hinsetzen. Also nur Vorhang, Festungsmauer. Den Presskran hatte ich probiert. Wir brauchen, wir brauchen einen Superreaktor. Den Presskran hatte ich probiert, er hatte aber nicht die Wirkung, die ich haben wollte. Weil ich den zwar dazu, weil ich den demontieren müsste, was ich nicht will. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. So, unter Strom ist alle. Ulfrock-Transporter einsatzbereit. Der, äh, ähm. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ob, ausschalten? Ausschalten, ausschalten, ausschalten geht nicht. Okay, wir haben, wir haben es aus der Luft bekommen. Vernichtet sie. Wir wissen, dass ich hier nicht bin, das Ende. Äh, Reparatur. So. Äh, das Ding läuft, ja. Ich baue aktuell absichtlich mal nichts. Oh. Okay. Wir greifen hier an. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit vermogen. Unfürreichende Mittel unterbrochen. Was auch immer ihr hier genau macht. So, beginnt es. Sehr gut. WTF? So, äh. Äh, mehr Dev. Ich habe das letzte Wort. Endlich. Unser Tag ist gekommen. Äh. Wir bauen hier noch ein paar davon auf. Ich habe das letzte Wort. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, was ich hier mache. Es ist einfach okay. Also, äh, ich bin... Unzureichende Mittel. Überfragt. Ähm. Baue ich jetzt hier oben eine... Guck mal, der hat das hier unten auch hingekriegt ohne MBS. Feindliche Einheiten entdeckt. Aber wie? Was hat der gebaut? Wie gerne wüsste ich, was der baut, damit er diese Teile hier einnehmen kann. Ich will nicht jedes Mal 5000 für eine Echse ausgeben. Ich hätte den Kommentar mir mal durchlesen müssen. Ernsthaft, das wäre so unglaublich hilfreich für mich. Egal. Ähm. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Lass da hin. Er ist mit das Ende. Ja, ist was, was ich angreifen kann. Nee, hat er nicht. Scheiße, das hätte ich jetzt nämlich hier schon mal irgendwo hingeballert. Aber ich sehe ja hier nichts. Könnte das hier angreifen, sich aber als sinnlos an. Ich habe aber auch jetzt schon eigentlich ordentlich Armee aufgebaut. Ne, wenn ich jetzt hier sage, ich greife einfach mal irgendwas an. Schaut euch an. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das ein schlechter Panzer ist, den ich hier gebaut habe. Er hat halt seine Nachteile, ja. Können wir das Gebäude hier mal zu schön für hier was sehen? Danke. Eine Einheit wird angegriffen. Der Tag ist gekommen. Bau abgeschlossen. Man sieht einfach bei dem Apokalypse-Panzer, dass der zwar ordentlich Damage macht, ne, aber er reicht nicht aus gegen die Einheit, die noch wichtig wäre. Und zwar gegen Bodentruppen. Da müsste ich noch diesen Stickle bauen. Den bauen wir jetzt auch noch. Ach komm, was soll's, noch eine Waffenfabrik hier hin. Dass wir noch was gegen Bodentruppen haben. Ansonsten mache ich hier total die dummen Angriffe die ganze Zeit. Ähm, das Ding müsste ich eigentlich verstärken, noch. Das ist so, das hier sieht gut aus. Da könnte man hier jetzt noch sagen, Ihre Anwesenheit hier ist einfach abscheulich. Und ich werde euch Barbaren im Namen des Tenos vernichten. Hier noch ein bisschen was hinsetzen, obwohl das jetzt nicht so wichtig ist eigentlich hier. Oh, hier oben sehe ich was. Das Verbündete wird angegriffen. Ich habe jetzt noch eine neue Base. Geben wir ihm gleich ein bisschen Pfeffer. Okay, war zu langsam. So, und hier muss jetzt die hierbei rumkommen. Mal gucken, ob das Spiel da drauf klarkommt. Dass es so viele Einheiten bauen muss. geltlich. Oh, der hat hier Vision. Äh, Angriff. Da drauf. Wenn ich schon einmal kurz Vision bekomme, nutzen wir sie auch. Magnetsatellit bereit. Ja, der war glaube ich nicht so gut gegen das, was ich vorhabe. Egal. Ähm, eigentlich... Ach, der hat gerade so einen schönen Angriff hier, dass ich mitmachen muss. Feindliche Einheiten entdeckt. Und das Verbündete wird angegriffen. Und die Rechenbemittel. Wenn wir gut sind... Schaffe ich es? Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Geht ein bisschen was wegzunehmen. Endlich. Unzureichende Mittel. Und dann ist zumindest schon mal die erste Base weg. Der Verbündete wird angegriffen. Der Tag ist gekommen. Kommt das da weg. Und gleich noch das hier hinten weg. Und dann haben wir einen Anfang. Sehr schön. Und das Gebäude hier hinten gleich noch weg. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Äh, das da weg. Unzureichende Mittel. Nehmen wir den Sammler weg. Kommt das da weg. Los. Das Gebäude muss hier auseinandergenommen werden. Eine Einheit wird angegriffen. Perfekt. Und damit haben wir ihn... Ich sag mal... Wir haben die erste Base weg. Ob das jetzt gut war, sei dahingestellt. Aber wir haben es. Still count. Wir haben einfach... Einfach mitgeholfen. Ich bin das Info. Der Tag ist gekommen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Es gibt keine Gräude. Unzureichende Mittel. So, damit er. Ich dachte gerade schon. Okay, komm. Macht mal hier noch den Rest weg. Eine Einheit wird angegriffen. Das so. Supermagnetischer Satellitbereich. Das hier noch auseinandernehmen. Wir werden sie begraben. Was ist denn Ziel 3? Achso. Damit ist die ganze Base gemeint. Okay, gut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hier von 3 ist leicht zu besiegen. Ich sterbe mit Ehre. Sie aber nicht. Sehr schön. Das war wichtig. Wir haben erstens es geschafft, den ersten NPC platt zu machen. Mit meinem Koop-Commander haben wir einfach mal kurz mitgeholfen. Und in der Zeit hat meine Base-Dev das Wichtigste gemacht. Und zwar, sie hat gehalten. Unser Verbündeter wird angegriffen. Mehr interessierte mich gar nicht. Jetzt müsste als nächstes der hier weg. Aber ich nehme jetzt erstmal kurz die Zeit, mich selber hier kurz wieder zu sammeln. Und bin unerwartet glücklich über meinen Angriff. Gerätig könnte ich hier oben gleich noch ein bisschen mithelfen. Aber sind wir ehrlich, eigentlich macht mein Koop-Commander gerade diese Mission. Nicht ich, er macht das. Aber egal. Das hier hat auch geklappt, ne? Ja, drei Produktionsketten auf einmal haben auch geklappt. Ja, jetzt ist die Frage, greife ich den hier oben alleine an? Ich könnte hier oben ein bisschen nachhelfen, sobald er noch ein bisschen weiter in die Base reinfährt. Könnte ich mal... Komm, los. Komm, machen wir den Orbital. Und go. Einfach ein bisschen nachhelfen. Manchmal braucht es gar nicht so viel. Manchmal ist einfach so schon diese kleinen Dinger obendrauf schon hilfreich. Und jetzt könnte ich eigentlich schon wieder drüber nachdenken, zu sagen, ich gehe mal helfen. Das hier müsste sich von alleine deffen. Hoffentlich. Und... Mach einfach mal hier hin und helfe. Ach, du Kacke. Gut, wir haben jede Menge Munition. Wir haben jede Menge Munition. Lass sie nicht entkommen. Danke für nichts. So, wieder dahin. Ich muss sie wieder aufbauen. Eine Einheit wird angegriffen. Äh. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unterbrochen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Es war anders geplant. Eigentlich wollte ich nicht meine ganze Armee hier hinziehen. Eigentlich wollte ich hier drüben helfen. Was können wir für sie tun? Eigentlich. Praktisch wurde ich abgelenkt. Äh. Erst kriegt mal euren Sammelpunkt dort. Dann defft ihr von ganz alleine schon besser. Gut, wir haben jede Menge Munition. Hier muss noch gereppt werden. Und hier muss ich gleich bloß sobald das Ding fertig ist nachhelfen. Eine Einheit wird angegriffen. Unterbrochen. Geldprämie bereit. 20 ist Kommando geortet. Einheit verloren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Zickel Patrouille. Unzureichende Mittel. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass ich da oben ein bisschen nachhelfen will. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, und das hier. Perfekt. Die sammeln sich genau in der richtigen Ecke. Äh, das Ding ist noch nicht fertig, aber egal. So. Dann. Mal gucken, ob das hier irgendwie sinnvoll klappt oder ob das Fahrt für den Pool ist. Einheit wird angegriffen. Wenn Sie nieder. Halten Sie mehr vom Land. Weiter feuern. Irfan Trey ist leicht zu besiegen. Ha! Wir werden nach Kunst bezahlt. Instrument der Zerstörung. Unzureichende Mittel. Wichtigste wäre, dass ich ihn... ...weinliche Einheiten entdeckt. Wir werden sie begraden. Das Gebäude kriegt das schnell weg. Bau abgeschlossen. Sehr schön. Das war doch schon mal ein guter Anfang und jetzt noch das Gebäude weg. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Sie nehmen ihr Schicksal nicht an. Feindliche Infiltrator geortet. Wenn der ein bisschen mithilft, haben wir das hier gleich. Dass wir den nächsten weg haben. Bräuchte eigentlich nur mal ein bisschen Anti-Air-Deaf. Was er momentan nicht liefert, der hilft mir nicht auf der Luft mit. Wir ballern einfach mit unserer kleinen Armee so viel weg, wie wir wegbekommen. Vielleicht bekommen wir ja noch rechtzeitig Hilfe. Gehen da weg. Und greift das da an. Eine Einheit wird angegriffen. Sehr schön. So, es ist nicht gut, aber wir haben ihn definitiv ordentlich einen mitgegeben. Ja, dann fährst du mal kurz hier hin. Und ich möchte gerne den Orbitalregen hier hinsetzen. Unzureichende Mittel. Nicht gut, aber okay. Ach du Scheiße. Zurück mit euch ein Stückchen. Und jetzt hier hoch. Sehr gut, das hat von ganz alleine sehr, sehr gut geklappt. Äh, wir powern hier Anti-Air. Unterbrochen. Hier bekommen wir das. Halt, stopp, ne? Wir nehmen mal das. Grinderkitten autorisiert. Also, ich hoffe jetzt natürlich, dass ich den hier soweit platt gemacht habe, dass er hier von ganz alleine es gleich schafft, den anzugreifen. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich bin das Ende. Also, da denke ich mal klar, dass das meine Hoffnung ist. Dass ich einfach gerade ihn soweit K.O. gemacht habe, habe ich ja meiner Meinung nach auch, dass er sich gleich von ganz, dass er den gleich von ganz alleine platt macht, ohne dass ich vielen noch mithelfen muss. Und, steht da schon wieder das Gebäude? Nein, perfekt. Das ist doch schön soweit. Hier könnte man mal noch theoretisch mal versuchen nachzuhelfen. Das war gut. Er scheint ein bisschen überfordert zu sein mit dem, was er machen soll. Aber er kümmert sich. Er kümmert sich. Also haben wir nur noch den hier oben jetzt als Gegner. Wunderschön. Das sollten wir auch noch schaffen. Hier würde ich ganz gerne noch einmal eigentlich noch zwei Abwehrgeschütze hinsetzen und warte eigentlich jetzt schon wieder auf eine so große Armee, mit der ich angreifen kann. Müsste eigentlich hier mal sagen, ey, komm, wollen da noch eine Echse hin. Eigentlich müssten überall noch Echsen hin, aber der hat ja noch nicht mal geschafft, die hier zu verteidigen. da ja ich ich habe ja momentan mein komplettes Ressourcen-Inkamm auf die Last vom von meinem Koop-Commander gesetzt. Was man jetzt als positiv und als negativ einstufen kann, so beides gleichzeitig. Was machst du hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Hier baut er jetzt eine Echse auf. Sehr schön, er kümmert sich um Ressourcen im Kampf. Bau abgeschlossen. Vorposten heißt das Teil. Sputnik? Schützpunktserweiterung. Das suche ich. Alles klar. Ich habe es gefunden, was ich suche. Wir unterbrechen den Bau davon und bauen wir auch einen Sputnik, damit ich überall mal ein bisschen nachhelfen kann, weil guck mal, hier könnte man, also ich könnte einfach auch ein paar eigene Echsen aufbauen. Deswegen bauen wir mal so einen Sputnik. Ja komm, sagen wir den Punkt dahin. Ich habe es gefunden. Wie lange hat es gedauert? Überhaupt nicht lange. Überhaupt nicht lange. So, das hier lübt. Warum auch immer das Ding kaputt gegangen ist. Oh. Feindliche Infiltrator beortet. Erhaltet die Gürtel an. Jumel, Paul, und du. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wir sind hier. Habt ihr was gehört? Okay, wo weit ist das hier? Wo ist der Sputnik jetzt? Da ist der Sputnik. So. Jetzt ist die Frage. Ich könnte jetzt sagen, ich helfe hier. Ich bin entdeckt. Orbital, und ich bin bereit. Und gucke mir an, was passiert. Hallo. Stell das Ding hier mal in die Ecke. Jetzt hier die Erzraffenerie hin. Jetzt, so kann ich die wieder auf... Nee, okay, den ich den einmal gebaut habe, ist der für immer weg. Alles klar. Das war die Info, die ich haben wollte. Das Ding hier müsste ich eigentlich treffen. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was können wir für Sie tun? Fraktransporter einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Wir sind hier. Das darf ich noch ganz kurz. Ihr von Frey ist leicht zu besiegen. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter hat angegriffen. Unterbrochen. Halt ist es vorbei. So. Und dann gehen wir einmal die nächste Folge, bauen hier die Echse auf und schauen, ob wir das noch hinbekommen. Aber ich bin da eher zuversichtlich. Das hat jetzt gut geklappt. Wir haben so langsam reingefunden in den CUC. Hat man hoffentlich gemerkt in den Folgen. Jetzt gehen wir aber erstmal in die nächste. Ich bitte mich für viel, die ganze Verplantheit zu entschuldigen, aber es ist so. Ich bedanke mich jetzt erstmal so weit für das Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben und hört mich. Schreibt ein Feedback. Ich freue mich für den Scheißen Tag. Bis zum Schluss. Tschöne.